Herzlich Willkommen zu diesem kurzen Video zum Facebook Ad Traffic Kurs von David Zephyr. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was es mit diesem Kurs von David Zephyr auf sich hat und Sie finden zusätzlich, wenn Sie der Beschreibung unter diesem Video folgen, einen Link, über den Sie für dieses Produkt einen exklusiven Discount von mir bekommen. Kommen wir jedoch nun zu Facebook Ad Traffic. Wir wissen alle, dass Facebook eine der besucherstärksten Seiten im Internet ist. Mit über einer Milliarde aktiven Nutzern weltweit und davon allein 25 Millionen aktive Nutzer in Deutschland. Und genau diese Tatsache können Sie sich mit dem Videokurs von David Zephyr optimal für Ihr eigenes Business zu nutzen machen. Ganz egal, was Sie im Internet verkaufen möchten, ob es jetzt Produkte, Kurse, Bücher oder Seminare sind, Facebook ist genau zu diesem Zweck hervorragend geeignet und David Zephyr zeigt Ihnen ganz genau wie. In seinem Kurs Facebook Ad Traffic erfahren Sie, wie Sie mit einer einfachen Facebook Anzeige auf Knopfdruck und das an nur einem Tag 1300 Besucher für sage und schreibe nur 9 Cent pro Klick bekommen. Dazu sofort 358 Leads generieren und das elffache Angewinn direkt im ersten Monat erzielen. Facebook Kampagnen gibt es zwar schon eine ganze Weile, doch noch nie war es möglich, Traffic so schnell und vor allem so günstig einzukaufen wie mit dem Kurs und mit den Strategien von David Zephyr. Sie lernen in diesem Kurs, wie Sie aus Fans Leads machen, sich damit eine E-Mail-Liste aufbauen und dadurch Verkäufe erziehen. Das Geniale an seinem System ist einerseits die Skalierbarkeit und andererseits die Möglichkeit, das Ganze beliebig oft zu wiederholen und für einen wiederkehrenden Traffic-Strom zu sorgen. Wenn Sie den Kurs von David Zephyr 1 zu 1 befolgen, können Sie somit eine sogenannte eierlegende Wollmilchsau durch Facebook erschaffen. Der Kurs von David Zephyr ist extrem umfangreich und genau das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wenn Sie den Kurs von David Zephyr erwerben, dann ist das der Kundenbereich, auf den Sie kommen, sobald Sie sich einloggen. Sie sehen hier ganz viele verschiedene Module, doch der ganze Ad-Traffic-Kurs besteht eigentlich nur aus diesen vier Modulen. Das Modul Grundkurs, Landingpage, Strategie und Fortgeschrittene. Wenn Sie als erstes mal eingeloggt sind auf dieser Seite, kommt als erstes dieses Willkommensvideo. In diesem Willkommensvideo erklärt das David Zephyr ganz genau und stellt Ihnen den ganzen Kurs nochmal übersichtlich vor. Gehen wir aber erstmal hier zu diesem 2012. 2012, für was steht das? Es gab schon mal Facebook Ad-Traffic, den Kurs. Die erste Auflage. Diese haben wir hier. Wo wir uns jetzt befinden, das ist der komplett überarbeitete neue Facebook Ad-Traffic-Kurs 2.0. Deswegen, falls Sie den alten Kurs anschauen möchten, den finden Sie hier. Der Rest ist komplett überarbeitet und extra für Sie neu gestaltet. Gut, gehen wir jetzt nun die einzelnen Module durch, die für uns jetzt mal wichtig sind. Angefangen wird mit dem Grundkursmodul. In diesem Modul lernen Sie alle Grundlagen zum Thema Anzeigen. Sie lernen, wie man Anzeigen schaltet, wie man Anzeigen gestaltet und wie man diese so erstellt, dass Sie den Richtlinien von Facebook entsprechen. Als weiteres lernen Sie auch das Vorgehen und das Grundprinzip von Facebook Traffic, wie Sie sehr, sehr günstig Facebook Kampagnen erstellen. Das nächste Modul, das Landingpage Modul, zeigt Ihnen, wie Sie Landingpages erstellen, wie Sie diese gestalten und im Endeffekt optimieren, sodass Sie am meisten Umsatz damit erzielen können. Zwei weitere Sachen, die Sie hier auch lernen, ist einmal alles über Facebook Apps und wie Sie ein Fangate für Ihre Panpage erstellen. Der dritte Kurs, oder das dritte Modul, besser gesagt, ist das Strategienmodul. Hier stellt David selber fünf Strategien vor und zeigt Ihnen auf, welche Anzeigetypen Sie für welche Strategie am besten nutzen. Nachdem Sie nun diese drei Module gemeistert haben, kommt das fortgeschrittenen Modul. In diesem fortgeschrittenen Modul gibt es viele, viele zusätzliche Videos, die Ihnen Sachen wie zum Beispiel hier Split-Testing zeigen. In diesem Teil finden Sie Videos, die Ihnen zeigen, wie Sie Ihre erstellten Landingpages und Fanpages gegeneinander testen, so damit Sie sehen, welche Landingpage oder welche Fanpage Ihnen am meisten Umsatz bringt. Und viele, viele weitere geniale Dinge lernen Sie auch noch in diesen weiteren Videos, die hier gezeigt werden. Doch ich möchte Ihnen nicht zu viel verraten. Wenn Sie diesen Kurs erwerben, dürfen Sie sich hier komplett selbst austoben und sehr, sehr viele Dinge lernen. Zusätzlich zu diesen vier Grundmodulen gibt es noch das Bonusmodul. Hier gibt es auch sehr, sehr viele Informationen, unter anderem Informationen zu dem genialen Tool Facebook-Ad-Tool. Das dürfen Sie sich wirklich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und wenn wir jetzt von diesem Bonus noch absehen, es gibt noch ein ganz tolles Feature, nämlich die Facebook-Gruppe. In dieser Facebook-Gruppe, da können Sie sich eintragen und dort sind alle anderen Mitglieder von Facebook-Ad-Traffic 2.0 dabei, die das Produkt auch gekauft haben. Das Geniale ist, Sie können sich in dieser Gruppe gemeinsam mit allen anderen Kunden austauschen, über Erfahrungen, über Tipps, Tricks und vieles, vieles mehr. Also eine geniale Möglichkeit, den Facebook-Ad-Traffic-Kurs zusätzlich noch zu optimieren. Das war ja schon extrem viel, was hier geboten wird. Doch es gibt noch eine Sache, die dazukommt, nämlich die Live-Workshops. Es wird immer wieder Live-Workshops zu diesem Programm geben. Wie wir sehen, gab es mittlerweile schon drei Live-Workshops. Diese Workshops werden alle aufgenommen und anschließend hier im Kundenbereich eingebunden, sodass Sie diese nachvollziehen können und in Ruhe nacharbeiten können. Wie wir hier sehen, kommt auch noch ein vierter Live-Workshop in Kürze. Am 9.1., wir haben das Jahr 2014, also wird dieser am 9.1.2014 stattfinden. Dieser wird natürlich auch aufgenommen und landet anschließend hier in diesem Bereich. So, wir haben alles durchgeschafft. Sie sehen, dieser Kurs ist extrem umfangreich. Und wenn Sie diesen Kurs 1 zu 1 nutzen, können Sie eigentlich nur erfolgreich werden mit Facebook-Anzeigen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen diesen Kurs ans Herz legen und Sie haben meine persönliche Empfehlung für diesen Kurs. Wenn Sie jetzt handeln und diesen Kurs kaufen möchten, finden Sie direkt unter diesem Video einen Link, wo Sie meinen persönlichen Rabatt für dieses Produkt bekommen. Greifen Sie also jetzt zu und werden Sie mit Facebook-Ad-Traffic erfolgreich. Vielen Dank!